Auch wenn euch keine leichte Zeit erwartet. So, dann wollen wir doch mal sehen. Prophetin, habt ihr euch gut eingefunden? Sicherlich. Was ist das rote Dach? Warte kurz. Warte. Weg da! Wie wissen wir, was das rote ist? Ähm, halbwegs, ja. Gut. Es ist wichtig, dass ihr euch mit diesem Ort vertraut macht. Er ist die Basis all unserer kommenden Missionen. Derzeit tappen wir noch im Dunkeln, was den Zyklus angeht. Alles, was wir wissen, sind Fragmente und das werden wir jetzt ändern. Es gibt zwei Pferden, von denen ich will, dass ihr ihnen nachgeht. Welche? Die erste hat mit den Steinsplittern aus Alt-Rashengrath zu tun. Pegasus hat es euch vermutlich noch nicht erzählt, aber sie ergeben zusammen einen Siegelstein, den wir dringend brauchen. Die Arkanisten haben ihn bereits zusammengefügt, aber uns fehlt noch das Ritual, um ihn zu aktivieren. Und dafür brauchen wir die Erinnerung eines Toten. Die zweite dreht sich um eine Entdeckung, die wir im Herzland gemacht haben und die ein maßgeblicher, wenn nicht der einzige Hoffnungsschimmer in diesem Kampf sein könnte. Wo wollt ihr beginnen? Ich glaube... Was klingt denn besser? Lass es mich kurz machen. Wir vermuten, dass die Pyrée vor ihrem Untergang an einer Maschine gearbeitet haben, die sie vor der Läuterung retten sollte. Ein altes Artefakt, das sie wieder zusammenzufügen versucht haben. Ah... Erinnert ihr euch an die Maschine, von der ich nicht wusste, was sie tut? Jetzt wissen wir es. Eine Maschine? Wie soll uns denn eine Maschine gegen den Zyklus helfen? Dass der Zyklus keine gewöhnliche Bedrohung ist, steht außer Frage. Er wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstehen, wie eine Art kosmische Gewalt. Und deswegen ist es naiv zu glauben, man könne ihm begegnen wie einem Feind aus Fleisch und Blut. Vielleicht kann es aber dieses Artefakt. Laut dem, was wir wissen, haben die Pyrée es selbst aus alten Plänen rekonstruiert, die einer der Boten für sie gefunden hat. Aber wir werden sehen. Alt Duttulgrad ist eine Ruine, die unsere Chroniker kürzlich freigelegt haben. Und anscheinend war sie früher eine Forschungsstätte der Dülgarenkaste. Falls wir richtig liegen, dann könnten wir dort vielleicht einen Prototypen oder Bauplan für diese Maschine finden. Lichari Pegast ist bereits dort und ich will, dass ihr sie unterstützt. Vielleicht offenbaren euch eure Visionen ja Dinge, die normalen Augen verschlossen bleiben. Wie lässt euch glauben, dass uns diese Maschine etwas nützen wird? Dem Pyrée scheint sie ja nicht geholfen zu haben. Ja, weil sie nie die Chance hatten, sie zu vollenden. Das Pyréeische Weltreich befand sich genau wie die Länder Wiens kurz vor der Läuterung im Krieg. Und wer weiß, welche Krisen es abgesehen von dem Zyklus zu bewältigen hatte. Und selbst wenn die Maschine uns nicht helfen wird, Alles, was die Pyréeer über den Zyklus herausfinden konnten, verschafft uns einen Vorsprung. Also müssen wir sie finden. Ähm, gut. Nein, wissen. Was genau ist noch einmal der Unterschied zwischen den Ischian und den Dülgar? Sie waren die beiden Priesterkasten, die das Land beherrschten. Offiziell dienten sie dem höchsten Wesen, einer Gottheit, die über allem stand. Aber jeder weiß, dass es die Oberhäupter dieser Kasten waren, die die eigentliche Macht hatten. Wie die Lichtgeborenen sozusagen, nur ein wenig zahlreicher. Okay. 20 von 30. Wir haben schon zwei Drittel geschafft. Gut. Wie komme ich nach Altdutkulgrad? Es liegt im Herzland. Hüterin Zacharesch wird euch den Weg zeigen. Viel Erfolg. Hau rein. Was ist das? Was ist das? Holzkohle. Das ist einfach nur eine jämmerliche Holzkohle. Will sie haben. Gib her. Sie hat geleuchtet. Jetzt ist es meins. Meine Holzkohle. Ah. Meine leuchtende Holzkohle. So. Gab es hier noch etwas interessantes? Oh, Metallbahren eines alten Volkes. Nehme ich mit. Hallo? Geschwunden. Guck mich nicht so böse an. Das war aus Versehen. Guck mich nicht so böse an. Oh. Oh. Guck mich jetzt ernsthaft überladen. Das war nur mein Controller. Der wiederum. Ihr seid die, die sie die Propheten nennen. Richtig? Ja. Ich bin definitiv kein Dieb. So. Dann wollen wir mal. Ich glaube, da waren wir schon mal. Wir waren einmal in einer Erkundung bei einer Höhle, wo wir tatsächlich so eine Maschine gesehen haben. Wo wir nicht wussten, was zur Hölle soll das mit dieser komischen Maschine. Aber ich glaube, das, Freunde, das war die Maschine der Pyrrhea, die wir da gefunden haben. Weil es uns natürlich jetzt mal einiges leichter macht, sie zu organisieren. Weil wir sie ja schon zufällig gefunden haben. Und deswegen würde ich sagen, auf! Auf! Zur Maschine! Wenn der Lade-Screen eines Tages vorbei ist. Ich brauche eine neue SSD-Karte, Freunde. Ich brauche eine neue SSD. Ich kotze mich gerade hier. Schrie mich an. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Tagen übelst Bock drauf bekommen, Oblivion zu let's playen. Also, wird das wahrscheinlich dann auch nochmal auf meinem Kanal erscheinen eines Tages. Eines wunderschönen Tages. Ich werde euch noch nicht sagen, wann oder wieso. Cool! Es wird kommen. Ist das so gewollt? Ich weiß nicht. Ich hätte schon Lust, da runter zu springen. Aber ihr wisst, wie das beim Springen ist. Mein stirbt so schnell. Was? Ich kriege eine Rüstung von denen und muss da einbrechen, damit ich meine Rüstung bekomme. Das finde ich ja schon ein bisschen fies, ne? Jetzt muss ich meine eigene Rüstung klauen. Ich höre euch das mal vor. Nein! Bitte. Danke! Oh! Heilig! Wie das hast du, ne? Scheiß-Experten-Schlüssel. Oh! Oh! Ich habe hier noch ein Kinderregel rumliegen. Also, falls ich zwischendurch mal schwatzen sollte, dann habe ich ihn aufgegessen. Ich kann nicht widerstehen, sowas zu essen. So, so, so. Schürfer halt. Da hat man Glück, wenn die wissen, an welchem Ende man einen Pickel hält. Okay, brechen wir hier auch ein. Ich meine, wir müssen hier offensichtlich rein. Wir gehören zu denen, aber wir müssen hier einbrechen. Das geht ja gar nicht um meine Rüstung. Hallo! Eine Fremdländer, wenn was? Nein! Ich bin einer von euch. Ich bin doch einer von euch. Okay. Wenn du sterben willst, mein Freund. Hilf mir! Gut! Du willst ein Hüter sein? Hilf mir doch! Scheiße! Okay, schlag ihn! Hilf mir doch! Das stimmt bitte nicht! Super! Weißt du? Die Hüter sind alles Feiglinge. Die haben Angst vor nem Schmiedelehrling. Du wolltest es nicht anders! Ich wollte es nicht! Du schon! Niemand wird ihn vermissen. Ich muss ihn beseitigen. Komm schon! Komm schon! Du hast die Macht, Zero! Kommt! Das ist ne unsichtbare Mauer, ne? Ich schleppe ihn jetzt den ganzen Weg darüber hin. Damit ich ihn runterwerfen kann. Wenn ich das hier gesehen wird. Guck, ich packe ihn einfach in den Haaren. Das geht schneller. Ich habe zu viele Freunde. Ein Mensch, der sich beschwert zu viele Freunde zu haben. So! Dann bin ich wieder offline. Ich muss die Benachrichtigung mal wieder ausmachen. Ich werde das damals, als ich meinen PC neu gemacht habe, vergessen. Und seitdem vergesse ich es. Siehst du? Dieser Bengel! Er ist wegen einem Stück Brot gestorben. Und das Schöne ist, es ist nicht meine Schuld. Er hat mich angegriffen. Warum tut man so etwas? Ich meine, ich bin hier der Oberboss quasi. Der Typ, der alles platt macht. Und er sieht, er will mich ein Stück Brot klauen und will mich dafür umbringen. Er will mich dafür umbringen, dass ich ein Brot habe. Wie doof bist du eigentlich? Was ist das eigentlich verdient zu sterben? Ganz ehrlich. Wer so dumm ist, der hat es einfach verdient zu sterben. Ignoriere bitte die Leiche. Die hat nichts mit der Sache zu tun. So, da hinten haben wir die Lücke. Da können wir ihn runterwerfen. Niemand wird meine Tati jemals... fahren. Es geht ja nicht weiter. Okay. Du bist hier gut versteckt. Niemand wird dich sehen. Buch! Und den unsichtbaren Bauer. Okay. Wir haben ihn beseitigt. Alles gut. Was hat er denn überhaupt gemacht? Das sah sehr kunstvoll aus. Ach. Na, wenn das nicht das berühmt-berüchtigte Wunderkind ist. Heiler Hammerschlag. Meines Pfades Schmiedin des heiligen Ordens. Sehr erfreut. Es heißt, ich solle mir meine Ordensrüstung abholen. Ach ja, richtig. Ihr habt auf jeden Fall für eine Menge Aufregung gesorgt, das muss ich sagen. Also, Robe, Kette oder Platte? Äh, Kette. Gut. Hier habt ihr eure Rüstung. Und ganz egal, wer ihr seid oder warum der Großmeister euch so behandelt, wie er es tut, das ist eine große Ehre. Macht es euch bewusst. Die meisten von uns mussten Jahrzehnte für diese Gewänder arbeiten. Du hörst sie nicht mal an. Nach Hause. So. Das Gute ist, sie hat geschlafen, weil sie ihren Lehrling umgebracht habe. Deswegen glaubt sie wahrscheinlich erst in der Taverne. Cool. Ich weiß zwar nicht, wer das sehen soll von außen, aber gut. So, dann gehen wir hoch. Ihr? Da war doch. Meint ihr wirklich, ihr könnt... Scheiße. Ähm. Zwingt mich doch. Ach, wie ihr meint. Uhuhu. Ah. Shit. Er ist unsterblich. Das ist unfair. Damit habe ich nicht gerechnet. Scheiße. Oh, scheiße. Keine Sackgasse. Alles gut. Versteckt. Ich weiß nicht, wohin wir gehen, aber zurück können wir auf jeden Fall nicht. Das ist eigenartig. Die Tür war schon offen. Irgendwer muss gerade da durchgegangen sein. Oh, oh. Oh, oh. Und jetzt kommt da. Oh, oh. 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 hier sind. Ich weiß nur, dass wir von dem Gehüter weg müssen. Zurück können wir auf jeden Fall nicht. Da ist nämlich der Typ. Höchstwahrscheinlich ist er jetzt nicht mehr hinter uns her, aber wir sind in einem Rollenspiel und zurückgehen würde, im wahren Leben gehaftet werden als ein bisschen. Das hier. Ich vermute mal, hier werden wir questbedingt eines Tages landen. Na gut, dann müssen wir jetzt zurück. Hoffen wir einfach mal wirklich, dass er nicht weiß, was ein RPG ist und mich wieder vergessen hat. Das wäre natürlich geil. Aber seht ihr, die Tür ist gerade von der anderen Seite verriegelt. Das wäre es jetzt noch gewesen. Wir wären eingesperrt. Wie im Gefängnis. Oder 20 ich glaube. Okay, drückt mir die Daumen, Freunde. Er muss mich vergessen haben. Er muss einfach. Und solange der Ladoscreen läuft, ich habe hier meinen Kinderriegel. Geiles Volk. So. So. Und da können wir nicht. Das ist der einfachste Weg. Welche Mist. Die. Gucken wir doch mal da rein. Okay, komm. Komm. Tagsüber eines Tages wieder. Okay, er ist nicht mehr da. Sehr schön. So habe ich mir das gewünscht. Ich werde keinen Hüter mehr ansprechen. So. So. Legen wir erstmal ein paar Sachen ab, ne? Ähm. So. So. Wie lange haben wir nicht? Bögen? Wieso habe ich den nicht ausgerüstet? Clawon der Gefallenen. Ach. Das ist das, was wir bekommen haben. Ja. So. Damit du hab'n. Ich habe im Moment des tapferen Jägers an, ne? Ja. Aber ich habe keine Halskette an. Wo ist meine Halskette? In der Ausdauer... Hä, hatte ich nie eine Halskette? Ich hätte schwören können, ich hätte eine Halskette gehabt. Ach, das ist eine Halskette. Verdammt, der andere... Okay, ich brauche meinen Ring. Ich dachte, das wäre ein Ring gewesen. Okay, okay. So, Ausdauerbögen. Nehmen wir vorbei damit. Ich weiß gar nicht, konnten wir ein oder zwei Ringe tragen? Wir kriegen Stadtwaffen-Wachen-Klamotten. Oh, einige mussten jahrelang hart trainieren, um Stadtwacher zu werden. Und andere mussten einfach nur ein Pfeil ins Knie bekommen. Äh... Das kann jetzt bleiben. Bleibt... Ja, das kann ja nicht bleiben, ne? Aber so überladen sind wir nicht. Wo war hier nochmal das Teleport-Ding ins Kiechens... Wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Kaliya treffen. Wir haben hier über den Zyklus die Läuterung erfahren. Ausgrabung, halt. Oh, ich habe keine Quest-Markierung. Hm. Hm, hm, hm. Hm. Liegt das daran, dass ich da schon mal drinnen war? Und wo ist diese Scheiß... Oh, ich schwöre es euch, Freunde. Ich drehe hier gleich durch. Jedes Mal suche ich diese Scheiße hier. Wo ist der Wegweiser? Und ich komme hier nicht mehr raus. Oh, ich bin hier nicht mehr raus. Nein, hm. Was macht denn der Wegweiser da oben? Wer geht denn da hin? Wer denkt sich so ein Scheiß aus? Okay. Wir gehen jetzt mal raus. Und schauen, ob wir irgendwo eine Quest-Markierung finden. Ansonsten werde ich mich da für die nächste Folge vorbereiten. Und auf jeden Fall noch einen Kinderriegel fressen. Und, ähm... Das ist eine gute Idee. Ja, und das ist der Plan. Gute Idee, Zero. Soll das etwa bedrohlich wirken? Du kannst mir gar nichts, Junge. Hahaha. Wuhu. Okay. Ja, aber für mich war keine Quest. Ich werde niemals bezahlen. Auch wenn ich quasi nur drei Gold dafür zahlen muss, weil ich jemanden umgebracht habe. Ich werde niemals zahlen. Eher bringe ich noch 1.000 andere um. Ja, wir haben keine Quest-Markierung Cool Um mehr über den Zyklus und die Läuterung herauszufinden Will der Großmeister, dass ich zwei Spuren untersuche Beide führen in die Erinnerung der zerfallenden Zivilisation Die Wynne von unserer Ära bewohnte Unterläuterung zum Mopff Okay, machen wir erstmal Doi 6 Echt, Doi 6 Ich werde die niemals zahlen, das können die knicken Hierher bringe ich die ganze Stattung Gut, Freunde, ich würde sagen Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir irgendwie Quest Okay, keine Ahnung, wo meine Quest ist Dann werde ich wohl zu Fuß laufen Ne, die ist hier vorne Ach, immer noch dieser scheiß Turm Ernsthaft? Okay Soll zurück nach Ark Wir sehen uns morgen wieder Wenn die Flucht weitergeht Haut rein Euer Zero Tschüss Wir sehen uns morgen wieder